So, willkommen zurück zu einer Runde in Battlefield 3, yeah! Und zwar mache ich wieder so eine kleine Folge, ähm, Themen-Talk draus. Moment, ich muss jetzt nur mal schnell... So, mal schnell den Ventilator ausschalten. Der ist dann so arg am Rauschen im Hintergrund, glaube ich. Genau, ähm, kurzen Ründchen zocken und dazu ein bisschen was, äh, gerade so abgeklabern. Äh, ich habe ein paar Themen abzuarbeiten. Was heißt Themen? Ja, Themen sind es diesmal nicht wirklich. Einfach nur ein bisschen hohles Rumgequatsche. Was bei mir so los war. Oh, ein Kampfkeks. Yeah! Bei dem spawne ich doch gleich mal. So, eine gute Runde in Battlefield 3 dazu, yeah! So, gefällt mir das. Mir kommt die Maussensitivität hier ein bisschen hoch vor. So, erstmal kurz reinspielen. Go, 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 guys! Das fällt mir jetzt erst auf, weil Battlefield 4 fehlt doch dieses ganze Ding hier, oder? Weil da gibt es ja auch Metro. Hi! Ja, genau! Nimmt er mich doch mit, ist klar! Das war ein Bullshit. Oh Gott. Die haben es natürlich nicht geholt. Die M kommen. So, ich muss jetzt gerade mal gucken. Wieso habe ich hier kein Gadget ausgewählt? Was nehmen wir denn da mit? Das ist eine gute Frage. So, ich meine, oh komm, ich muss auch mal schnell eine Runde. So, ich habe schon ewig nicht mehr gemacht. Das hilft die zweite, äh, zweite. Ja, Leute zwar immer monstermäßig, aber ist mir jetzt scheißegal. So, pass mal auf. Ich habe auf jeden Fall irgendwas getroffen. Ist auch nicht schwer, wenn du blinkend in der M kommen. Aber ich habe nichts gekillt, ne? Ne. Scheiße. Geil. Ich könnte mal ein bisschen spotten gebrauchen. Ja, genau. Okay. Der war anscheinend schon wieder weg. Ja, der ist zu nah dran. Komm, Leute, spottet die Gegner mal. Ja, hier, guck mal da. Nein, der bewegt sich jetzt gerade weg, oder? Nein, ich habe es sogar erwischt. Ha, jetzt bewegt er sich auf jeden Fall. Egal, komm jetzt, äh, hier. Ich gehe mal wieder vor. Ist mir gerade zu blöd. Oh, guck mal, da hinten. Wirf eine Granate! Okay, ich habe nichts getroffen. Ist auch niemand mehr da. Scheiße, wo ist der hin? Ich sehe nichts! Ey, ohne, ohne, ohne. Scope ist es doch kacke hier. Mal gucken. Fünf Prozent, genau! Äh, was habe ich hier denn eigentlich noch so alles? G36, L6, bla 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 bla. Lsat. MP7. Cool. Scheiß drauf, ich nehme was anderes. Nein, jetzt bin ich ganz hinten gespawnt. Okay, wenn ich jetzt eh laufen muss, dann kann ich mal anfangen. So. Und zwar, der erste Punkt, den ich ansprechen wollte, Facecam. Yeah! Äh, ich hatte da letztens mal einen Kommentar unter einem meiner Videos. Ich soll ihn mal mit Facecam aufnehmen. Beziehungsweise, wo bleibt die denn? Ähm, so geht das Ganze doch gleich viel besser. Ich habe dann, äh, drunter kommentiert, soon. Also kommt bald. Habe ich auch nicht vergessen. Wow. Ähm. Beziehungsweise, es ist so. Ich habe tatsächlich letzte Woche mal ein Video mit Facecam aufgenommen. So. Dachte mir, okay, das sieht doch ganz gut aus. Kann man so verwenden. Ja, nix war's. Ne, nicht Team wechseln. Ich will eigentlich nur das Squad wechseln. Ach, die sind auch nicht viel besser. Also, so an sich hat es schon geklappt. Ich konnte es schön aufnehmen. Hier, äh, mit Webcam und schönes Game dazu. Jetzt ist mir dann aber, nachdem ich natürlich das Ganze geschnitten und gerendert und pfw hab, was natürlich nicht gerade, äh, was natürlich auch ein bisschen gedauert hat. Oh! Fuck. Alter, wo ist der denn? Hi. Ja, was natürlich auch ein bisschen gedauert hat. Äh, ist mir dann aufgefallen, dass ab, ich weiß gar nicht, so ab 10 Minuten in dem Video die Facecam mit meiner Stimme komplett asynchron ist. LOL! Also, ich habe es so gemacht, ich habe so ein Programm genommen, wie hießen das? Ich weiß es gerade gar nicht. Da kann man ja auf jeden Fall, äh, Stimme über Headset und, ähm, Webcam dann, also das Bild von der Webcam kann man dann gleichzeitig aufnehmen. Und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich eine gute Alternative, dass es nicht asynchron wird. Aber, genau, das ist es dann komischerweise geworden. Also, ich weiß jetzt auch nicht so genau, was ich da jetzt tun soll. Da muss ich mich nochmal heransetzen. Oh, genau. Ansonsten hätte ich es schon längst hochgeladen. Tja. Ähm, warum ich da nicht gleich nochmal einen Versuch gestartet habe, das war ganz einfach. Erstens hatte ich ziemlich viel zu tun dann. Äh, deswegen hatte ich da jetzt nicht so sonderlich viel Zeit zu, da nochmal nachzugucken. Und, ähm, genau, ich habe mir ein neues PC-Case geholt. Weil, mein altes ein bisschen zu klein war, da musste ich die ganze Zeit dieses, äh, die, die, Seitenabdeckung musste ich, äh, wegmachen. Und, der eine, Fan, der ist, da letztens mal, flöten gegangen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn das eh zu klein, und vor allem die ganzen Kabel sind übers Mainworld gehangen und, boah, das war richtig, nee, also, nee. Äh, ich habe mir jetzt, Termaltake, nicht gerade ein billiges geholt, äh, Chaser MK1 heißt das, glaube ich, ja, genau so hieß es, oder heißt es, habe da alles schön eingebaut, und dachte mir, okay, wenn ich schon dabei bin, dann stecke ich doch mal meines, Soundkarte, ähm, vorher hatte ich die unter der Grafikkarte, und jetzt habe ich die halt, äh, über die Grafikkarte, und, dachte mir, okay, dann, äh, habe ich da keine Irritationen mehr, durch den, äh, durch die Fans von der Grafikkarte und so, ja, nix war, jetzt hat mein Mic ewig nicht funktioniert, also mein Headset, äh, egal wo ich, den Mikro, also, also, Lautsprecherbox, alles klar, alles super, äh, Headset, hat aber gar nicht funktioniert, dann, äh, ja, habe ich ewig rumprobiert, hab, hab die Treiber für die Soundkarte neu installiert, und, hab, anderes Mikrofon ausprobiert, und hab mein Mikrofon nur an einem anderen PC ausprobiert, und was weiß ich noch alles, und, das hat halt alles, überhaupt nix gebracht, gut, gut, dann habe ich jetzt, äh, vorhin mal ein bisschen Zeit gefunden, lol, lol, what the f- was war das denn, wieso neift er ihn denn nicht einfach, Mann, 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 Ähm, ja, jetzt hatte ich vorhin, äh, die Grafik, äh, nicht die Grafikkarte, die Soundkarte, wieder in ihren alten Slot zurück, auf dem Mainboard, und dann ging es natürlich ohne Probleme, frag mich nicht warum, also, das ist schon wieder echt seltsam, ich habe jetzt zwei in der die damit gemacht und die die er die hocken da hinten drin das ist echt unglaublich ja also Soundkarte umgesteckt ist funktioniert es wieder wie als wäre nie was gewesen. Finde ich ein bisschen komisch. Boah, jetzt habe ich gerade mega lag. What the fuck? Oh, ah. Ey, von wo werde ich denn hier beschossen? Hallo? Das kommt von irgendwo von hinten. Zum Glück hat der nichts getroffen, ey. Alter, wie viele Schüsse brauche ich? Boah, wie viel frisst der denn? Woll, was ist das denn? Ich hocke im Medi-Fact drin. Ah, Hilfe! Verdammte Scheiße, was ist denn hier los? Oh, come on! Okay. Okay, naja, auf jeden Fall. Ich habe meine PC-Probleme gefixt. Jetzt muss ich nur noch das Problem mit der Webcam fixen. Und dann wird es auch mal eine Runde League of Legends mit Facecam geben. Yeah. Ja, und sonst. Es ist ziemlich warm. Ich habe auch einiges zu tun. Das heißt, jetzt erstmal wieder das hier hochladen. Das wird jetzt auch, ich denke mal, ich mache jetzt hier einen Cut. Und dann muss ich gucken, wann ich wieder zum Aufnehmen komme. Ich denke mal, ich werde jetzt erstmal das Problem der Webcam beheben. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Und ja, dann würde ich sagen, war es das schon wieder gewesen. Es ist warm. Ich hole mir jetzt ein Eis. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020